Tagschön Leute, hier ist mal wieder der Alex. Heute sind wir am Kosi. Es ist ein bisschen windig, vielleicht hört ihr das auch. Vor kurzem haben wir ja die Handstand-Challenge gemacht. Da waren wir in Stuttgart und da hat die Runa gegen mich sozusagen Handstand auf Haltezeit gemacht. Runa fühlt sich ein bisschen benachteiligt, deswegen machen wir das Ganze nochmal und ich mache es heute auch noch ein bisschen schwerer und zwar sind wir hier auf einem Steg, der im Wasser schwimmt und dadurch, dass er im Wasser schwimmt, haben wir hier natürlich Bewegung drin und ich hoffe, dass das einigermaßen funktioniert. So, also alle, die das nachmachen wollen, einfach Handstand machen und versuchen möglichst lange zu stehen. Mal schauen, wie lange es heute bei mir wird. Nein, ich mache das nachmachen. Ah, verdammt, von der Kraft her hätte ich es bestimmt noch ein bisschen geschafft, aber diese wackelige Unterlage ist schon ganz schön wackelig, also man merkt auf jeden Fall, macht einfach mal nach, ich weiß natürlich nicht, wie lange das ganz genau war, ihr könnt das aber natürlich unten an der Leiste sehen, an der Minutenanzeige, macht es nach, macht bitte ein Video davon und vor allem Bruna macht das nach und ich hoffe du schlägst mich, bis bald, ciao Alex. Bis zum nächsten Mal.